Leandro Profrico, Gratulation zu diesem Sieg. Wir waren in Chiakti und haben es geschafft, Gegner auf Distanz zu halten. Wie war das heute möglich? Ja, eine starke Teamleitung. Ich glaube, wir waren heute bereit, als wir runtergekommen sind. Wir hatten einen guten Start. Und schlussendlich hat auch das Powerplay funktioniert. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Und an der Stimmung und Musik in den Garderoben, das nehmen wir euch nicht mehr, die Pre-Playoffs, oder? Nein, das sollten wir nicht. Das wäre das Ziel. Aber wie gesagt, das war ein wichtiger Sieg. Und ich glaube, das hat man in der Kabine gespürt. Danke.